Willkommen im AMD Ressourcenzentrum, welches Ihnen von der Angiogenesis Foundation präsentiert wird. Diese Animation wird Ihnen erklären, wie AMD den Verlust des Augenlichts verursacht. Altersbedingte Makuladegeneration, AMD, ist eine Krankheit, welche fortschreitenden Schaden an der Makula anrichtet. Die Makula ist die zentrale Region der Netzhaut. Die Netzhaut ist eine lichtempfindliche Nervenschicht, die sich im hinteren Bereich des Auges befindet. Die Makula enthält die dichteste Konzentration von Nervenzellen, Photorezeptoren genannt, und ist besonders wichtig für das Sehen feiner Details und das Erhalten des zentralen Bereiches des Gesichtsfeldes. Dieser zentrale Bereich ist für alltägliche normale Aktivitäten, wie zum Beispiel das Lesen, Telefonieren, Autofahren und das Erkennen von Gesichtern, wichtig. Die Makula besteht aus mehreren Schichten hochspezialisierter Zellen. Die Photorezeptoren sitzen auf einer Zellschicht, die retinale epitheliale Zellen, RPE, genannt werden. Darunter befindet sich eine dünne Schicht, die Bruchsmembrane genannt wird. Unterhalb der Bruchsmembrane ist das Choroid, ein Netzwerk von Blutgefäßen, welche die Makula mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Im Laufe des Alterungsprozesses des Auges sammeln sich Rückstände der RPE-Zellschichten und der umliegenden Gewebe über und innerhalb der Bruchsmembrane an. Diese Ansammlungen von Rückständen bilden Einlagen, die Drusen genannt werden. Die Existenz von Drusen ist normalerweise das erste Anzeichen einer trockenen AMD in ihrem Frühstadium. Wenn sich diese Drusen ansammeln, können sie Entzündungen verursachen. Entzündungszellen bilden sich dann in der Region der Netzhaut. Und diese Zellen zusammen mit den RPE fangen dann an, Wachstumsfaktoren auszulösen, welche die Blutgefäße zum Wachstum anregen. Der wichtigste dieser Wachstumsfaktoren wird Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF, genannt. Das VEGF-Protein breitet sich in das Choroid hinein aus und regt das Wachstum neuer Blutgefäße an. Dieser Prozess wird Angiogenese genannt. Die neuen Blutgefäße breiten sich aus und wachsen sowohl in als auch durch die geschwächte Bruchsmembrane hindurch. Das ist der Punkt, an dem sich eine trockene AMD in eine ernsthaftere Form der Erkrankung verwandelt, welche feuchte AMD genannt wird. Diese wachsenden Blutgefäße sind ungewöhnlich undicht, was es Flüssigkeit und Blut ermöglicht, in die Schichten der Makula zu sickern. Flüssigkeit sammelt sich zwischen der Bruchsmembrane und der Schicht von Photorezeptoren an und beschädigt die empfindlichen Nerven, die für die Sicht notwendig sind. Wenn jetzt nicht behandelnd eingegriffen wird, kann das von diesem Zustand hervorgerufene Bluten eine Vernarbung der Makula verursachen und damit einen permanenten Verlust der Sicht. Die Fotos hier repräsentieren im ersten Bild eine normale Sicht und im zweiten Bild den Effekt von feuchter AMD. Die schwerwiegendste Form der AMD verursacht den Verlust des zentralen Sehens und macht alltägliche Dinge wie zum Beispiel das Autofahren, Lesen und das Erkennen von Gesichtern unmöglich. Lernen Sie, was Sie tun können, um diesen wichtigen Aspekt Ihrer Gesundheit zu erkennen und Ihr wertvolles Augenlicht zu bewahren. Lernen Sie, was Sie tun können, um diese Weise zu erinnern, um diese Weise zu erinnern, um diese Weise zu erinnern. Lernen Sie, was Sie tun können, um diese Weise zu erinnern, um diese Weise zu erinnern, um diese Weise zu erinnern.